Neues Stadion, neues SO, neue Gesichter. Wir sind heiß auf die Continental Arena und den TSV Buchbach. TVA präsentiert die Heimspiele des SSV Jan Regensburg in der neuen Continental Arena. Am Samstag um 14 Uhr gegen den TSV Buchbach. Schön, dass ihr dabei seid beim Spiel. Im Übrigen, mit eurer Einsatzkatze könnt ihr kostenlos mit dem RVV bis voran die Arena fahren und nach dem Spiel wieder zurück. Also, nehmt den Bus. Wir sehen uns.